Heute in diesem Video. Weil es einfach so ein geiles Lied ist. Moin Leute und herzlich willkommen zu dem Video. Also, ja, vorher habe ich FM4 gehört, das ist der Jugendcenter vom österreichischen Rundfunk. Ne, man kennt vielleicht. Und da lief ein Schnulz-Song. Schnulz-Lied. Und, ach, ich habe das mal wieder total Gänsehaut gekriegt, weil es einfach so ein geiles Lied ist. Weil natürlich gleich mein Shazam aufmacht, Musikerkenner, wie es heißt. Weil ich habe auf den Fernseher geguckt, da steht es nicht dran. Aber es stand zumindest bei mir dran, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich es rausgefunden, wie es heißt. Und, ähm, ja, ähm, das hieß übrigens Space Song von Beach House. Und, ähm, ich habe, hören wir uns jetzt mal rein. Ziehen wir uns jetzt mal rein. Und ich habe dann auch ein Strandbild aufgemacht. Da kann man einmal sich das mal vorstellen, wo ist es am Strand, Sonnenuntergang. Und dann läuft dieses Lied. Ah, wunderschön. Hört sich selber an, das ist einfach ein geiles Lied. Viel Spaß. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020